Abonnier uns jetzt kostenlos. Let's go, wir sind mitten drin, ich finde schon am Start, hat sein neues Album Rummelbums mitgebracht. Fühlt sich, glaube ich, ganz wohl bei uns in der Gem FM Morning Show. Ich fühl mich immer wohl bei euch, sonst wäre ich nicht hier. Das ist schön, das ist alles gut. Und jetzt wollen wir natürlich auch, weil das Album ja nun einfach mal Rummelbums heißt, wollen wir so ein bisschen unser Rummelwissen unter Beweis stellen und haben deswegen dieses Game hier ins Leben gerufen. Gem FM, blamieren oder kassieren? Rummel Edition! Rummel Edition, und ich darf begrüßen, für Elton hat es nicht gereicht, aber wir haben Gloria einfach ein rotes Sakko angezogen. So, bitteschön, du bist unser Spielleiter heute, was kommt hier auf uns zu? Wir haben fünf Fragen vorbereitet, Freunde. Es geht natürlich hauptsächlich um das Thema Rummel. Ich werde euch immer eine Frage stellen, es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Danach habt ihr zehn Sekunden Zeit, eure Antwort auf einen Zettel, was vor euch liegt bereits, der Zettel jeweils bei dir und bei dir auch. Da könnt ihr jeweils eure Antwort dann raufschreiben, es reicht mir auch A, B oder C dann. Damit wir uns nicht so gegenseitig beeinflussen. Genau, und nach zehn Sekunden werde ich auflösen. Und dann gibt es jeweils einen Punkt für den, der natürlich richtig geantwortet hat. Sollte es später einen Vergleich geben, dass ihr beide, sagen wir mal, zwei Punkte habt, dann werden wir am Ende noch eine kleine Scherzfrage machen. Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt einfach noch mal ganz kurz, damit wir auch, also hier wirklich euch mal zeigen, dass es hier um was geht und es nicht einfach aus Spaß gemacht wird. Richtig. Richtig. Es gibt natürlich Preis. Wir kämpfen jetzt um diese Triple CD von Wolfgang Petry, jede Menge von 2004. Ich kann sie dir schon mal zeigen. Digga, du weißt, dass ich dich jetzt, jetzt werde ich gewinnen. Jetzt ist der Anreiz da. Da sind alle Hits drauf. Ja, ja. Deswegen, also wir machen hier keinen Spaß. Digga, es sind ja wirklich alle Hits drauf. Naja, wenn schon, denn schon. Also wenn du hier was gewinnen kannst, dann auch richtig. Also im Zweifel kannst du richtig für den Fiesta im Sommer hast du dann die ganze Hits drauf. Gret mich schon mal hinten rum eilen. Jetzt geht's ab. Okay, Freunde. Frage Nummer eins. Das wievielte Berliner Frühlingsfest fand im Jahre 2019 vor der Corona-Pandemie auf dem zentralen Festplatz statt? A, das 43. B, das 49. Oder C, das 19. Boah. Ah, wieviel denn? 43, 49. Oder 19. Okay, ganz schön. So. Achso, ich muss größer schreiben. Was hast du da zu stehen? A, 43, du sagst das 19. Ich sag das 19. Da habt ihr beide verkackt, das 49. Tatsächlich. Es konnte eigentlich nur A oder B sein, weil C fällt komplett raus. Aber ich hab ja geguckt, das eine hat ne 3 drin, das andere hat ne 3 drin. Deswegen, warte mal, 43. 49, 19. Ja, habt ihr auch gut gemacht, weil psychologisch hat's nicht funktioniert. Ist gar kein Problem. Ja, 0 zu 0 steht's. 0 zu 0 weiterhin, okay. Ich bin gespannt, was jetzt folgt hier. Frage Nummer zwei. Welche Achterbahn ist die höchste der Welt? Die King Dakar in Amerika? Millianium Force auch in Amerika? Oder Red Force in Spanien? Eure 10 Sekunden starten jetzt. Boah, ey, ich weiß nicht. In Spanien trau ich nicht so viel Spaß zu. Millianium Force oder Red Force? Oh, ich weiß es nicht. Die höchste Achterbahn der Welt. Okay, ich hab aufgestellt. So, Finch, du sagst Millianium Force? Und ich sage das erste. Du sagst King Dakar? Ich hab schon vergessen, wie sie heißt. King Dakar? King Dakar, ja. Dann geht jetzt ein Punkt zur Ehre. King Dakar mit 139 Metern, höchste Achterbahn der Welt. Okay, es war jetzt einfach geraten so, aber ich glaube, ich gehe nachher mit blauen Flecken raus, wenn ich so weiter mache. Okay, 1 zu 0. 1 zu 0 steht's. Kommen wir zur nächsten Frage. Die ist jetzt aber einfach. Ich bin gespannt. Das kann man nicht auf einem Rummel machen. Luftballon schießen, Schiffe werfen oder Enten angeln. Ja, okay. Was ist nochmal? Den wir kurz Zeit. Luftballon schießen, Schiffe werfen oder Enten angeln. Ja, okay, hier. Was sagt das? Ja. Bei richtig Schiffe werfen kann man den machen. 2 zu 1 für Erik. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Fragen sind's? Eine machen wir jetzt noch. Wenn's jetzt der Gleichstand ist, dann gibt's ne Scherzfrage. Wenn Erik jetzt den Punkt macht, dann hat Erik leider gewonnen. Boah, ich bin aufgeregt. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Okay. Welcher Freizeitpark ist flächenmäßig der größte? Disneyland Paris, Europa-Park oder Walt Disney World Resort? Europa-Park-Rust, dieses Ding, oder was? Genau. Es geht jetzt los. 10 Sekunden habt ihr Zeit. Kannst du nochmal sagen? Europa-Park, also Disneyland Paris A, B, Europa-Park oder C, Walt Disney World Resort. Der flächenmäßig größte... Der ist doch Taktik von dir, Alter. Der hast du die gleiche Antwort mit dir. Was? Du nimmst ne gleiche wie ich, um gar kein Risiko zu geben. Na, ich hab's noch nicht gesehen. Wir schreiben hier extra auf. C ist richtig. Walt Disney World Resort mit 15.000 Hektar ist der größte. Ja, wusste ich doch. Der ist doch kein Risiko. Der hat den hier angeholt, Alter. Super, nein. Das stimmt. Nein, das ist doch okay. Du kannst ja... Hier kannst du auf E-Mail verkaufen. Für Spaß. Nein. 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 Ey, Gästen muss man auch mal was schenken. Guck mal. Du startest uns hier gerade mit... Ich möchte keine Geschenke, die ich nicht verdient hab. Du startest uns hier gerade mit ner Rummelbums-Box hier aus für unsere Community, die ihr euch natürlich jetzt klären könnt. auf Twitch.tv slash Radio JamFM. Ich weiß nicht, ob wir noch die Sendung beenden. Weißt du was? Weißt du was? Kann ich die CD mit drauflegen? Kann ich das auch verschenken? Ja, klar. Kannst du mir selber kaufen. Ich unterschreibe das sogar noch. Kick mal. Auf Wolfgang Kampri. Auf Wolfgang Kampri, CD unterschrieben von Finch. Also wer sowas exklusives... Wolfgang Kampri, CD unterschrieben von Finch, kommt noch on top auf das Angebot. Das ist ne geile Lösung, Alter. Das ist ne geile, ne geile Lösung. Deine Nummer 1 für neue Musik. 瞬oli. Die, die candidate Kampri, Botchnik imzeler Brust wird bereits erwarten. Ja, da kannst du ja nochmalsない gewesen sein.